Ihr habt eine Nvidia-Grafikkarte und ihr streamt oder nehmt auf über OBS Studio? Wie stelle ich nun den Encoder ein? Was genau sind die optimalen Settings? Aber vor allem, was muss ich noch beachten, damit der Encoder rund läuft und ich keine Lacks bekomme? In diesem Video werden wir Schritt für Schritt gemeinsam den Encoder für Streams und auch für Aufnahmen zusammen mit einer Nvidia-Grafikkarte in OBS Studio einstellen. Ja, das erste, was ich euch auf jeden Fall immer empfehlen kann, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte in einem Streaming-PC benutzt und ja, darauf zockt und streamt gleichzeitig, dass ihr in Windows und da ist es egal, ob es Windows 11 oder Windows 10 ist, den Spiele-Modus aktiviert. Dafür müsst ihr eigentlich einfach nur in die Einstellungen wechseln. In den Einstellungen geht ihr dann in den Tab Spielen und bei Spielen gibt es dann immer den Tab Spiele-Modus. Den solltet ihr aktivieren, denn dadurch wird bei OBS ja so ein kleiner Render-Lack-Fix aktiviert, der dazu führt, dass eure Grafikkarte von Windows für das Spiel und auch für OBS aufgeteilt werden kann und somit niemals das Spiel leckt und auch nicht OBS leckt. Und der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, damit OBS diesen Render-Lack-Fix aktivieren kann, muss OBS als Admin gestartet werden. Das heißt, entweder jedes Mal rechtsklick und dann als Administrator ausführen oder noch einfacher, ihr geht einmal in die Eigenschaften der OBS-Verknüpfung, geht dann auf Kompatibilität und setzt dort das Häkchen für Programm als Administrator ausführen. Wenn ihr das Ganze speichert, wird OBS nun jedes Mal mit Admin-Rechten gestartet. Professionelle Designs und Overlays zu fairen Preisen. Genau das erhaltet ihr bei OwnTV, dem Online-Shop für Stream-Grafiken. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Selbst animierte Emotes sind mit dem neuen Emote-Maker gar kein Problem. Wählt zwischen vielen verschiedenen Vorlagen und passt diese mit Accessoires, Hautfarbe und vielen weiteren Elementen an. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Solltet ihr Bock auf eigene Emotes oder professionelle Design-Pakete haben, klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv slash owned. Aber beginnen wir jetzt mit den Einstellungen in OBS. Damit wir den Encoder auch richtig einstellen können, wechseln wir erstmal in die Einstellungen. Dort gehen wir dann auf den Tab Video und dort schauen wir uns jetzt erstmal an, okay, was ist denn hier als Basisleinwand eingestellt und was als skalierte Ausgabeauflösung. Für einen Twitch-Livestream würde ich euch empfehlen, die Basisleinwand immer auf 1080p zu stellen. Streamt ihr auf YouTube, dann könnt ihr dementsprechend auch höher einstellen, wenn ihr zum Beispiel in 1440p oder in 4K streamen wollt. Aber geht immer von dem aus, was ihr maximal an die Plattform streamen könnt. Bei Twitch ist das aktuell 1080p. Die skalierte Ausgabeauflösung richtet sich dann auch wieder nach dem, in welcher Auflösung ihr streamen wollt bzw. aufnehmen wollt. Gehen wir mal vom einfachsten Fall aus. Ihr wollt auf Twitch streamen, seid kein Partner, nutzt die maximale Bitrate von 6000 offiziell. Dann würdet ihr hier zum Beispiel die skalierte Ausgabeauflösung auf 1664 mal 936 stellen. Müsst ihr per Hand eingeben, also einmal per Return alles rausnehmen und dann per Hand eingeben. Den Skalierungsfilter am besten immer auf Landschoss stellen und die FPS dann dementsprechend. Zum Beispiel für Game Streaming dann halt 60 FPS. Habt ihr das Ganze getan, übernehmen und dann geht's auch schon zum Encoder. Dafür wechseln wir auf den Tab Ausgabe und dort den Ausgabemodus immer auf Erweitert stellen. Dadurch habt ihr viel mehr Möglichkeiten, den Encoder konkret an eure Bedürfnisse anzupassen. Für Streaming gehen wir dann auf den Reiter Stream und können hier nun den Encoder auswählen. In unserem Fall Nvidia EnvyEnc H264. Der wird euch angezeigt, wenn ihr eine kompatible NVIDIA Grafikkarte verbaut habt, für die man diesen Encoder einsetzen kann. Wählt ihr den Encoder aus, wechseln sich unten auch schon die Encoder-Einstellungen und wir können dort alles konkret einstellen. Im Livestreaming-Bereich nutzt ihr als Qualitätsregulierungsmethode immer CBR. Das steht für Constant Bitrate, das heißt man kann eine konstante Bitrate angeben und an die hält sich der Encoder dann auch. Bei der Bitrate stellt ihr dann passend zu eurem Internet-Speed die Bitrate ein und natürlich auch nur so hoch, wie es der Dienst, den ihr nutzt zum Streamen, ermöglicht. Bei Twitch wäre das die offizielle maximale Bitrate von 6000, wenn mein Upload das auch hergibt. Danach noch den Keyframe-Intervall auf 2, das ist auch Voraussetzung und wird auch bei YouTube so gehandhabt. Und dann kommen wir eigentlich zu den Einstellungen, die man immer passend zu seinem System wählen muss. Wichtig ist hier die Voreinstellung. Die Voreinstellung gibt an, wie gut die Qualität im Livestreaming-Bereich wird. Das heißt, umso tiefer ich hier nach unten gehe, dort steht es auch in der Klammer, umso besser wird die Qualität eures Streams, aber umso höher wird auch die Belastung eurer Grafikkarte. Optimalerweise würde ich euch empfehlen, hier mit P7 anzufangen. Wenn ihr merkt, dass das Ganze nicht läuft oder zu viel Leistung der Grafikkarte für den Stream genutzt wird und fürs Spiel kaum noch was übrig bleibt, könnt ihr auch auf P6 oder P5 hochgehen. Bei Tuning würde ich euch empfehlen, hohe Qualität zu nehmen. Niedrige Latenz und extrem niedrige Latenz haben nichts damit zu tun, dass euer Stream bei den Zuschauern verzögert ankommt. Das ist eine ganz andere Latenz. Das bedeutet einfach nur, dass hier der Encoder schneller arbeiten soll und dementsprechend die Qualität auch etwas schlechter wird. Hohe Qualität ist das Optimum. Und dann kommen wir zu mehrere Durchgänge. Zwei Durchgänge, geviertelte Auflösung, zwei Durchgänge, vollständige Auflösung. Das ist im Endeffekt beides Two-Pass-Encoding. Das heißt, jeder Frame wird doppelt gerendert, was natürlich länger dauert und im Livestreamer-Bereich auch dazu führen kann, dass das Ganze dann vielleicht nicht so schnell läuft bzw. die Qualität wird dadurch nicht unbedingt besser. Im Livestreamer-Bereich definitiv auf einen Durchgang gehen. Profil würde ich euch empfehlen, hier auf High zu gehen. Und dann haben wir eigentlich nur noch zwei Schaltflächen, nämlich Lookahead und Psycho-Visual-Tuning. Hier hat sich ein bisschen was geändert, denn zuvor, als noch die alten Encoder-Settings von Envy Enc waren, habe ich euch immer empfohlen, Lookahead und Psycho zu nehmen und die Max-B-Frames auf 4. Mittlerweile läuft es wesentlich besser, wenn man hier zum Beispiel nur Psycho-Visual-Tuning anhakt, was dafür gedacht ist, dass bei schnellen Bewegungen der Encoder den Bereich, der sich im Bild schnell bewegt, mehr Aufmerksamkeit schenkt und dadurch eine bessere Qualität bekommt. Das würde ich anhaken. Ist es nicht angehakt, bedeutet das, streamt der etwas, wo schnelle Bewegungen im Bild sind, zum Beispiel Shooter, dann kann der Encoder halt nicht unterscheiden zwischen Bereich mit schneller Bewegung und Bereich mit weniger Bewegung und würde alles blurry machen. So werden dann nur Bereiche etwas mehr blurry, die sich nicht schnell bewegen, aber der Bereich, der sich schnell bewegt, der wird schärfer. Also Psycho-Visual-Tuning anhaken und die Max-B-Frames auf 2. Speichert ihr das Ganze, habt ihr eigentlich schon die optimalen Settings für einen Livestream, hier in diesem Fall Twitch, mit einer Nvidia-Grafikkarte. Jetzt kommt ja aber noch der zweite Punkt, wie kann ich aufnehmen? Und da möchte ich erst einen Zusatz geben, denn wollt ihr streamen und aufnehmen gleichzeitig. Dann wollt ihr ja sicherlich nicht in der Auflösung aufnehmen, die ihr unter Video bei skalierte Ausgabeauflösung angegeben habt. Damit ihr in 1080p aufnehmen und gleichzeitig in 936p streamen könnt, würdet ihr hier die skalierte Ausgabeauflösung wieder auf 1080p stellen. Übernehmen? Dann würdet ihr bei Ausgabe, bei Stream das Häkchen für Ausgabe umskalieren setzen und hier 1664x936 eintragen. Okay, Stream läuft schon mal in 936p. Mega! Was jetzt der Vorteil ist, wenn ihr auf Aufnahme klickt und hier die Settings für euren Aufnahmeencoder wählt, könnt ihr hier in 1080p aufnehmen. Super, oder? Dann lasst uns doch mal den Encoder einstellen. Dafür geht ihr hier einfach einmal auf Encoder und wählt dann Nvidia NVENC H264. Je nachdem, welche Generation der Nvidia-Grafikkarte ihr habt, habt ihr auch die Möglichkeit HEVC zu wählen. Das wäre dann H265 oder Nvidia NVENC AV1. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Nvidia NVENC AV1 geht zum Beispiel erst ab der RTX 4000er Reihe. Wir nehmen jetzt mal H264 und gehen dann runter zu den Encoding-Settings. Dort würde ich euch für Aufnahmen immer empfehlen, nicht auf CBR zu gehen, sondern auf CQP. Bei CQP gibt man ein CQ-Level an. Das CQ-Level gibt an, wie hoch die Qualität sein soll. Das heißt, ihr gebt nicht eine Bitrate an, sondern ein Qualitätsmerkmal. Umso niedriger dieses Level ist, umso höher soll die Qualität sein. Der Encoder merkt dann, okay, hier ist viel Bewegung im Bild. Ich brauche, um die Qualität 20 bei zu behalten, folgende Bitrate. Und passt während der Aufnahme die Bitrate immer dynamisch an die Qualität an, die ihr eingestellt habt. Für H264 würde ich ein CQ-Level zwischen 14 bis 20 wählen. Bei 14 habt ihr theoretisch fast noch eine verlustfreie Aufnahme. Also man sieht keinen Unterschied zu einer verlustfreien Aufnahme. Bei 16 auch noch nicht wirklich. Bei 20 kann man vielleicht, wenn man so ein bisschen Pixel-Peaking macht, schon einen Unterschied merken. Ich persönlich nehme immer mit 14 auf. Keyframe-Intervall auf 2 setzen und dann kommen wir zu den Voreinstellungen. Hier muss man jetzt differenzieren, denn das Ganze beim Livestreamen war ja noch, okay, ich möchte gerne auf am langsamsten kommen, denn dann habe ich die beste Qualität. Beim Aufnehmen ist das ein bisschen anders. Beim Aufnehmen habt ihr ja die Qualität schon definiert über CQ-P. Das heißt, hier unten definiert ihr nicht mehr die Qualität, sondern umso niedriger ihr hier das Preset nimmt, umso mehr Leistung wird zwar von der Grafikkarte gefordert, aber umso niedriger kann der Encoder die Bitrate halten bei gewählter Qualität. Das heißt, wähle ich P7, habe ich die gleiche Qualität, als wenn ich P1 nehmen würde. Es wird halt bei P1 nur wesentlich mehr Bitrate verwendet, um die definierte Qualität von CQ-P14 beizubehalten. Ich würde euch empfehlen, hier mit P5 zu beginnen und je nachdem, wie groß die Dateien werden bzw. wie viel Luft ihr noch mit der Grafikkarte habt, könnt ihr entweder weiter runtergehen, um mehr Leistung der Grafikkarte zu nutzen und kleinere Dateien oder höher, um größere Dateien zu bekommen, aber die Grafikkarte zu entlasten. Tuning setzt ihr dann wieder auf hohe Qualität und auch bei mehreren Durchgängen würde ich auf einen Durchgang gehen. 2Pass Encoding sehe ich eher im Vorteil, wenn man ein Video geschnitten hat und das dann über den Encoder rendert. Bei der Aufnahme sehe ich hier nicht unbedingt den Vorteil. Profil dann auf High setzen und auch hier wieder Lookahead und Psychovisual Tuning würde ich nur Psychovisual Tuning nehmen, Max Pframes auf 2 und übernehmen. Und schon habt ihr die perfekten Aufnahmeeinstellungen in dem H.264 Format für euer OBS Setup. Was ist aber nun, wenn ich einen anderen Nvidia Encoder nehmen möchte, wie HEVC? Das wäre H.265 oder AV1. Beide Containerformate sind wirklich wunderbar gedacht bzw. Codecs, um das hier genau zu sagen, um weniger Dateigröße zu produzieren, aber trotzdem eine gute Qualität zu bekommen. Geht ihr zum Beispiel auf HEVC, habt ihr im Endeffekt die gleichen Settings wie vorher, die ihr genauso einstellen könnt wie auch bei H.264. Das heißt, CQP, hier reicht es sogar schon mit 20 aufzunehmen und den Keyframe Intervall dann auf 2 zu setzen. Wieder Voreinstellung, genau wie zuvor auch. Tuning höchste Qualität, mehrere Durchgänge auf einen Durchgang, Profil auf Main, Main 10 wäre dann, wenn ihr in Richtung HDR Aufnahmen geht und dann Psycho Visual Tuning und Max Bframes auf 2. Okay, AV1, genau das gleiche Spiel, geht wie gesagt erst ab der RTX 4000er Reihe. Dort könnt ihr dann CQP setzen und dort könnt ihr auch mit 20 anfangen. Selbst mit 35 habe ich noch keinen Unterschied zu einer verlustfreien Aufnahme gesehen und AV1 habt ihr die Möglichkeit mit der RTX 4000. Würde ich in AV1 aufnehmen, gerade wenn eure Auflösungen höher sind, zum Beispiel 4K Aufnahmen. Das funktioniert wesentlich effizienter als noch mit H.265, also HEVC oder mit H.264. Ich persönlich nehme mittlerweile auch nur noch in AV1 auf. Keyframe Intervall setzt ihr dann auch wieder auf 2 und wieder genau die gleichen Sachen. P5 würde ich anfangen, hohe Qualität, 2 Durchgänge würde ich auf 1 Durchgang setzen, Profil auch auf Main. Psycho Visual Tuning anhaken, Max Bframes auf 2. Übernehmen und fertig. Aber was ist denn nun, wenn ihr eure Aufnahme beendet habt und ihr habt dann die MKV-Datei, was ja Standard ist bei OBS, würde ich euch auch empfehlen in MKV aufzunehmen. Dann müsst ihr das Ganze ja vielleicht noch für euer Schnittprogramm vorbereiten. Erst einmal habt ihr die Möglichkeit, oben links auf Datei zu klicken, Aufnahmen anzeigen. Dann seht ihr den Ordner, wo eure Aufnahmen aufgeführt werden. Also falls ihr den Ordner mal suchen solltet, da draufklicken und dann seid ihr in dem Ordner. Wenn ich aber nun diese Aufnahme haben möchte für zum Beispiel Adobe Premiere Pro, dann muss ich das ja noch umwandeln in MP4. Und das macht ihr ganz einfach auch direkt in OBS. Dafür einfach oben links auf Datei gehen, dann auf Aufnahmen remaxen und dort wählt ihr einfach hier über die drei Punkte eure Aufnahme aus, klickt auf Öffnen und sagt dann Remaxen. Die Datei wird dann remaxed, ihr könnt hier die fertiggestellten Objekte entfernen, schließen und geht ihr nun wieder über Datei und Aufnahmen anzeigen in den Ordner, habt ihr die gleiche Aufnahme einmal als MKV und einmal als MP4. Die MKV könnt ihr dann einfach löschen. Wenn ihr jetzt in AV1 oder in H265 aufnehmt, dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Klar könnt ihr MKV nach MP4 konvertieren, das ist ja nur der Container und nicht der Codec. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass manche Programme zum Beispiel AV1 noch nicht abspielen können. Nutzt der DaVinci Resolve? Gar kein Problem. AV1 könnt ihr importieren, abspielen, schneiden und rendern. Nutzt ihr Adobe Premiere Pro? Gibt es ein Problem. Ihr könnt AV1 noch nicht importieren, dann seht ihr nur die Audiospur, aber nicht die Videospur. Das heißt, da würde ich euch empfehlen, das Ganze vielleicht vorher in H264 umzuwandeln. Für den Schnitt rendern könnt ihr dann aber in AV1, wenn ihr das Vucoder-Placke nutzt in Adobe Premiere Pro. Das heißt, AV1 rausrendern geht, AV1 importiert noch nicht. Ich hoffe, da kommt bald das Update, denn wie gesagt, ich nehme schon den AV1 auf und schneide in Adobe Premiere Pro und das ist momentan noch ziemlich pain. Sollte euch das Video hier gefallen haben, dann schaut doch gerne auch mal hier vorbei, denn dort findet ihr diesen gesamten kostenlosen Komplettkurs zur OBS Studio und es kommt immer mehr Videos dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!